Der Ton hat sich verändert und eine verbissene Eintracht, die gemeinschaftlich darum kämpft. Sie haben einige Stammspieler, die mit der fünften gelben Karte gesperrt sind. Ich glaube, dass das dazu führt, dass sie eng zusammenrücken werden. Ich habe da nicht allzu weit entfernt, der hat auch davon trainiert in Mainz. Wir wissen, wie emotional es dort ist, wie emotional die Fans sind. Da sind auf jeden Fall alle Lampen an, wenn die hier spielen. Wir spielen nicht für solche Dinge. Wenn die Dinge passieren, ist es eine tolle Bestätigung dafür. Es ist auch manchmal wichtig, dass man solche Rekorde knackt, ohne daran zu denken. Wir sind die Mannschaft mit den absolut meisten Pflichtspielen in dieser Saison. Vielleicht ist es sogar unsere Pflicht, dieses Spiel so zu bewerten, um gegen Frankfurt, gegen Augsburg und gegen Köln mit der absolut notwendigen Haltung, Schärfe, Überzeugung und Körpersprache und auch mit den zwingenden Aktionen und dem Tempo auf dem Platz zu stehen.